Hallo, mein Name ist Tor Alexander. Ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, auch in Gold und Silber, aber auch, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können oder wie sie es in Sicherheit bringen können. Im letzten Video habe ich ja angekündigt, ein bisschen mehr über Silber zu erzählen, unter anderem auch einige Geschichten zu erzählen. Und heute habe ich mir das Thema ausgesucht, Sterlingsilber. Wo kommt denn überhaupt dieser Begriff her? Und der Begriff Sterlingsilber kommt aus England. Und zwar Heinrich II. von England ließ im 12. Jahrhundert für den Handel in östliche Länder eigens Münzen anfertigen, die Easterlinge. Und die waren zu 92,5 Prozent aus Silber und anderen Metallen. Also 925er Sterlingsilber hatte ich ja erwähnt im letzten Video. Aufgrund der häufigen Münzfälschereien, der Flunkerei, wurden sie schnell in Europa und darüber hinaus beliebt. Die Easterlinge wurden zu einer Norm im Münzverkehr. Schnell kam es zur Abkürzung Sterling. Und dieses wurde dann als internationales Kennungsmerkmal für Silber. So, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und kontaktiere mich über Telegram, wenn du Fragen hast. Bis zum nächsten Video. Euer Thor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me-auswandern-geld zusammengeschrieben. www.t.me-auswandern-geld zusammengeschrieben.